Ha! Ha! Ich spiel mal die Lauschau, Urli. Wenn ich das sag, du sollst zum Pferdl gehen, dann gehst du zum Pferdl. Entschuldigung, ich glaub, du bist angefragt für den... Oma. ...Oma für den arabischen Taxifahrer. Magst du ihn oben, bitte? Nein, den spiel ich nicht. Entschuldigung? Ich bin Österreicher. Herr Pilic, nähe mich an. Es geht um eine Fendu. Wir haben uns ja mehr erwartet von ihm. So was Geiles, so was Tschuschenhaftes irgendwie. Scheiß Dreck! Geschissener. Wir suchen für eine Doku Leute aus dem Viertel hier mit Migrationshintergrund. Und den habt ihr ja, oder? Was heißt das? Wir wollen eine Serie mit uns drehen. Ganze Serie. Du bist kein Tschusch. Also vergiss es. Na und ich kann ein Tschusch werden. Also, was wollt ihr? Was macht man so als Ausländer? Wie in Hollywood haben wir ihn. Nuten, Kokain. Du hast alles, weißt du? Du machst uns den Drogendealer. Nein Mann, sowas mach ich nicht. Vergiss es. Vergiss es. Nur weil er schwarz ist? No motherfucking way. Du bist eine Note. Oh Gott, Entschuldigung. Als Ausländer ist es dir nie langweilig, Mol. Genau das mein ich. Könntest du uns bisschen coachen? Das kommt ein bisschen so auf bulgarischer Stricher, Junge. Also, was? Brad Pitt scheiße neben dir, Alter. Ich schwör. Ich bin dein Aussender. Ey Bruder, tank mal ein Zehner. Keinex sind mit jedem Verwandt und Verschweger. 30 Cousins passen rein in dein Benz. Du musst jeden umarmen, obwohl du keinen davon kennst. Sie stellen uns ins falsche Rampenlicht. Und das brauchen wir hier nicht, ja? Es ist alles halb so schlimm, okay? Verstehen Sie es, unser Leben verdammt doch mal. Ich glaube, ich habe einen Zawappler im Haus. Der eine raucht, der andere da zu enge Hosen. Man kann es auch über 3 Meter Integration bis zu Teppern.